Ich habe eigentlich in einem Kinderhaus gearbeitet und bin irgendwann aufgewacht und hat gesagt, ich will Filme machen. Ich habe praktisch nie in eine Richtung gearbeitet, dass ich sage, das ist so meine Art, Filme zu machen und jetzt mache ich diese Art von Dokumentarfilm. Wir glaubten, wir könnten das Publikum auch erziehen durch unsere Art von Filmen, sie daran gewöhnen. Wir unterschieden uns von den anderen Studios dadurch, dass wir keine Aufnahmepläne hatten. Das ist das Team. Herzlich willkommen in diesem Film. Hermine möchte gerne ein bisschen mehr Tragisches haben im Leben. Immer wird es dann irgendwie eine Komödie und es liegt an den beiden. Weil die so witzig sind. Und ich habe nur gebrüllt, ich will nicht noch mehr Papier verschieben, ich will einen Film machen, Leute. Das ist das ... Ich muss nicht mehr Tragisches haben. Untertitelung des ZDF, 2020